hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen episode von the division ja mensch hallöchen ja mario ist natürlich mit am start wer auch sonst und was haben wir denn heute eigentlich vor erst mal müssen wir sagen dass wir beim letzten mal aufgehört haben wir quasi mit den missionen in ich weiß gar nicht wo ich glaube in stuyvesant stuyvesant wie es ich weiß gar nicht stuyvesant stuyvesant ja in dem distrikt irgendwie sowas ansonsten haben wir jetzt mal die ganzen nebenmissionen hier noch gemacht die noch offen waren da ist noch eine einzige offen die wir noch nicht haben aber wir werden jetzt heute mal in die nächste zone gehen murray hill das ist der plan ich würde dir einfach mal folgen einfach hier so sind 500 meter müssen einfach mal zum safehaus und dort ein paar da joggen wir doch hin klappern schon mal ein neues scharfschützen gewehr ausgerüstet allerdings bin ich noch nicht so ganz sicher was macht dieser hund da der fristen vogel okay das ist ja nun würde ich sagen ja erst mal neue scharfschützen mehr ausgerüstet bin mir noch nicht sicher ob ich behalten möchte denn es macht pro treffer weniger schaden dafür kann man schneller feuern davon und man ist auch schon typen die kommen immer umlegen oh ja machen wir aber ja ach nee das ist ein zivilist klasse so ich hau eine granat rein wenn es denn geht okay einen habe ich erwischt ach nö diese motherfucker so erwischt weg hier oh mein gott ich nehme eine schrotflinte da steht er doch noch ja ne auch so eine schrotflinte kann mal treffen aber nicht so gut ja das ist schon wieder so phänomenal ich habe gerade schon ein paar mal voll oben drauf geschossen auf den kopf und nicht getroffen das reicht wieder nicht ne nicht getroffen einfach direkt mit reingezielt aber es hat nicht gezählt granate hat er geworfen bam die war bei ihm ja kaputt ja das verstehe ich noch hat sie gerade gepiept gepiept ne dann weißt du es sind öfters diese sprengfallen ja ja aber ist nicht so dann kommen wir mit weiter geht's jo 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 ja wie gesagt dass ich weiß auch noch nicht so warum man da öfter mal direkt mitten rein zielt auf den kopf und dann zählt der treffer gar nicht ich weiß nicht ob der jetzt den helfer hat ob das als schutz gezählt hat ja das war wieder mein medikit ja aber ich habe gerade irgendwas anderes gehört merke ich höre die komische geräusche sehr schöne halluzinationen warum auch immer komm mal vor hey du sollst das lager doch nicht verlassen wie weit ist es noch ich sehe das halt nicht 300 meter warte mal ich kann die auch mal auswählen ne warte mal wie heißt sie du musst einfach nur geradeaus safe house ne das safe house achso das safe house warte da ist es also dahinter der grind house da wollen wir hin so entdeckt murray hill ne schießt doch wieder irgendwo wer ich höre hubschrauber wer zuletzt schießt schießt am besten oder so ne wer zuletzt schießt als erstes tot hä das macht ja nicht erst schießen dann fragen ja naja wer ballert denn hier schon wieder rum ich meinte das ein bisschen anders hier ist ne kiste lass uns mal beschützen ja ja ich renne dir mit daher aua au ist ja ein feind alter hallo noch irgendwo einer aua von hinten ja ich geh mal hinten rum ich geh mal hinten rum aua scheiße ey pass auf dich auf mir gehts gut ja ich ja dir fehlt auch schon ein balken naja ein balken gucken ob das wieder klappt dass man schön die granate durchwirft ja das ist geil dass das überhaupt geht da ist da noch irgendwo einer wir müssen hier den nachschub sichern ist das problem eine ganze Sache ja hier hinter der kist hockt einer naja den nehme ich mit ist ja gar keiner wo ist er denn hin von vorne auf schade zumutig ich grabe immer hinter die ecke bleib doch mal hier Mensch achso danke aua 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 wo sind die denn ab und hinten schießen die da durch ne kommt von allen seiten alter kann uiuiui moment mal gucken möglicherweise reicht das ja ach ich glaub gar nichts ach nein 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 weg ihr weg ach scheiße an das reagieren wenn so eine granate da rumschfassert das ist auch mal so ne sache du liegst doch schon wieder hier natürlich was machst du denn da sag mal war bequem sollst du schießen weißt du mittag schlafen so na gerade noch so die kurve gekriegt hier vielen dank oh jetzt versteck dich mal hier ja ja ist ja nicht außerhalb mit dir wir füllen mal die munition nach Warnung Feindkräfte näher an sich na ja ach da hab ich nicht gesehen so der ist geschichte uiuiui da war da noch einer naja immer schön in deckung bleiben ich warte ja grad drauf dass hier irgendwie nochmal schüsse kommen oh die kommt von der seite scheiße oh von da drüben ach du scheiße na komm oh geil fast 20 oh scheiße boah nee ganz egoistisch oh man ey bin fast tot oh nee jetzt hat er sich dahinter versteckt aber den trifft man naja das problem ist der anderen fuck ach nö aber ich kann mich selber wieder beleben eigentlich das reicht nicht scheiße oder doch boah was ein stress uiuiui so wo kommt die jetzt her es piept ja ach von hinten oh mein gott direkt vor mir und der ist lila vorsicht ey ich treff die nicht oh mein gott ich muss mir kurz hier ein bisschen entdecken nach unten ich muss hier weg oh shit ich liege du liegst wo bist du scheiße ich liege auch gleich nein 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 wo bist du denn hinten ganz hinten warte 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 scheiße ich liege auch fuck super das lief ja schon mal hervorragend was rennst du denn ganz hinten rum sag mal ich bin nach hinten ich wollte da was reinwerfen und dann bist du da weg und ach das war alles doof aber dieses ausreden ach scheiße jetzt sind wir wieder ach ne ist ja richtig southpaw haut ja hin das musst du jetzt auch machen so neustart äh jetzt dafür umso besser naja du musst einfach mal in Deckung gehen habe ich gemacht kann ja nicht sein dass du dreimal drauf gehst da waren zwei lilaner du sollst die Kugel nicht einfangen ne also von daher mach ich ja nicht ne du bist schon vorher zweimal drauf gegangen ach das war Zufall Unzufähigkeit Unzurechnungsfähigkeit Unzufähigkeit Unzufähigkeit Unzurechnungsfähigkeit beim Vorrennen ja 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 schon klar Ali hat das Leben satt ne eigentlich nicht aber manchmal muss man einfach mal Opfer bringen ja ja kein sicherer Bereich mehr wie wärs denn wenn du einfach die anderen dem Dodo-Gott opferst der Dodo-Gott ist überrascht auf jeden Fall ist so egal Wahnsinn dann rennen wir halt wieder hin der Weg war jetzt ja nicht so unendlich weit ja hallo das waren ganze 300 Meter ja wenn wir uns jetzt hier nicht ablenken lassen geht doch schon oh die hustet hier rum die komische Zivilistin die kann man gleich mal in Ruhe lassen die steckt uns höchstens noch an kann in Ruhe sterben ja wo willst du hin was oh war schon wieder falsch da sind übrigens welche Klinas oder anderen ok irgendwen haben sie ein bisschen getroffen jawoll da ist keiner mehr doch noch hier war da links einer echt stimmt das ist noch rot wo ist er tot schade Telefonaufzeichnung entdeckt die können wir gleich mal mitnehmen oder es ist unten achso das wird wahrscheinlich unten sein ja die U-Bahn ist ja hier in der Nähe naja ist egal wir gehen einfach mal weiter wir hoffen mal dass wir hinten die Quests gleich mal machen können ohne dass Ani hier wieder stirbt ja wie wärs wenn du auch nicht stirbst das ist ein Geben und Nehmen ja aber weißt du ne ich belebe dich jetzt zweimal wieder und dann wenn ich Hilfe brauche stirbst du oh wo kommen wir da hin heißt also du musst dir mehr Mühe geben ach der kommt bei dir links rum wer wo da war einer bei dir der wollte um den Laster glaube ich was die Eier ja wie immer schießt ihm die Eier weg ey jetzt zahnt er sich da hinten ok der ist hin ach komm zeig dich der zeigt sich nicht dann halt so sehr schön und die Auto Alarmanlage ist wieder am Start so was hat er denn schon fallen lassen T821 Polizeiversion sieht aus wie ne Maschinenpistole so weiter jo auf jeden Fall wir haben ja noch Termine quasi wir müssen ja zu den anderen wieder zurück ich hoffe mal ach verdammt dass wir die Quests gleich noch mitmachen können ja ging es hier lang ja oder? hm ich glaube wir sind auch im richtigen Weg alles andere würde mich wundern denn es war hier vorne rechts gleich ja da explodiert schon wieder irgendwas oh da ist ein Zivilist gerade in den Sprengpfad reingelaufen mhm oha ungünstig einfach nur ungünstig so hier rechts ist es rumgeballert boah ich hoffe ich hab den richtigen Weg genommen du musst einfach nur geradeaus wo rennst du denn schon wieder lang ich bin da irgendwie durch so einen Laden durch aber es fasst schon hier Sparrow Six erreichen Position in unter einer Minute das Mal sind die aber auf der anderen Seite unsere Leute ach jetzt müssen wir irgendwie reinkommen na da wo wir gerade schon rein sind ne ich bin an einem Weg lang aber hier ok so ich werfe eine Granat rein das ist unser Typ da werfe ich nix rein boah ne soweit kann ich gar nicht gut werfen bist du drin? was sind die denn alle? ne ich hab die gerade gar nicht gesehen ok der ist auch hin boah wenn ihr was explodiert sieht man natürlich so wahnsinnig viel ach von der Seite da kommt der andere wo kommt der denn her? oh scheiße von hinten ok der ist hin da liegt was Lila das ist schön Lila bei dir? ach wie geil so aufpassen die kommen jetzt von vorne und von der Seite von hinten ne? oh von hinten oh scheiße der hat mich schon mal ungünstig getroffen ey ist doch nicht wahr ich hab mich gerade noch geduchten naja wenn du Zeit hast oh mein Gott nein was war das denn? da kam voll die Rakete oder Granate da haben wir jetzt wieder mal zu zweit versagt aber du kannst ja nicht mal als erstes sterben ja aber du kannst ja nicht hinterher sterben du sollst mich doch mal wiederbeleben verdammt warum liegt hier nicht so ein Heilding von dir auf dem Boden so weit war ich doch nicht so nochmal der ganze Spaß Neustart jetzt konzentrier dich mal ein bisschen los ich zum Aushalten mit dir echt mal konzentrier dich mal ein bisschen da liegt mein epischer Lut noch dort dein epischer Lut der Lila ne hallo das haben wir überleben können mich retzen können ne du musst mal dein Heilding auf den Boden werfen und dann kannst du dich wieder überleben ja ist klar jetzt aber ne paar positive Gedanken kriegen wir hin der positive Gedanken ist ich werde nicht als erster sterben das würde mich persönlich jetzt nicht trösten also mich schon ach komm füll auf haben wir so jetzt renne ich einfach mal los ey ich renne auch los weißt du scheitert schon überhaupt am Weg dorthin ey das ist ja unglaublich ich bin schon wieder sonst wo lang gelaufen folge doch einfach dem Weg ja quasi das hilft ja der wird dir angezeigt deswegen soll es ja nicht das Problem sein alles super als Mensch haben sie eine Verantwortung als Mensch haben sie eine Verantwortung ja ab welcher Stufe ist das Level also die Quest das ist keine Ahnung die Zone ist 24 bis 26 oder so ok also schon ein bisschen anders als vorher ja aber hallo ne wir sind ja schon 27 also eigentlich schon locker in dem Bereich drin also ich bin noch Level 26 ja auch mit 26 wie du dich schon jetzt zu 27 gecheatet hast ist mir überhaupt nicht klar ich sterbe einfach seltener Punkt na klar es gibt für jeden Tod gibt es hier Punktabzug für dich und deswegen in der B-Note in der B-Note auf jeden Fall boah da ist wieder was explodiert so das mache ich also alleine kalt hier ungesicherte Hilfslieferung entdeckt also ich höre Schüsse mhm ok da sind sie wieder erreichen Position in unter einer Minute da komme ich gar nicht rüber ja du sagst Bescheid wenn es brenzlig wird ja du kannst also schon schon hier nach oben her kommen ja ich bin ja auf dem Weg die kommen von vorne ja au krass ich werde schon getroffen Warnung Feindkräfte näher an sich so ok der hinten ist hin Medikit liegt auf dem Boden so oh von hinten von hinten von hinten von hinten ach du scheiße da oh den habe ich nicht mal erwischt da ist er weg irgendwo in Sicherheit von links kommt jemand über den Zaun ich guck schon oh hier ist er tot ist er da ist noch einer der kommt nicht der traut sich nicht der ist tot und hier wird schon wieder scharf geschossen oh mein Gott ich hole oh hier neben mir das ist ja klasse alter der hat eine Granate geboren oh dieser Pisser scheiße oh mein Gott ich bin gleich dauer schnell nein man Blutungsschaden oh fuck ich komm ran alter oh Gott kannst du ein bisschen nach außen bist du schon wieder tot? ich bin neben dir ja 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 der hat mich leider mit seiner Granate gerade echt bitter erwischt dankeschön so hier guck mal Heilung ja super ich muss mich hinstellen das wird sonst nix oh verdammt oh verdammt man wirft doch die scheiß granate ja dann kriegt er hier eine aufs maul jetzt ist er tot schade naja das Problem oh von links naja da kommen jetzt dann auch gleich wieder die Lieder dann von der anderen Seite was sollen sie machen eine ganz gute Stelle hier einer ist tot jetzt kommen sie von hinten vorsicht schon mal die Position wechseln dass sie dass wir nicht ganz vorne stehen ja da kommen sie oh da 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 scheiße da komm oh fuck nein man weg da Uschi weg da du sollst aus der Hocke raus scheiße nein von beiden Seiten ich hatte null Chance oh such dir eine sichere Stelle oh fuck ja da hat er mich umgelegt shit aber du bist noch am Start noch aber das Problem ist ich bin ja glaube ich alleine ja ich glaube was wichtig wäre dass du ein bisschen rum rennst einfach in Bewegung bleiben ich renne ja schon ja dass die Kugeln dich nicht treffen können boah ich bin schon mal 94% so und jetzt muss ich wieder hinlaufen nerv nerv lala alter naja das ist schon ja aufregend hier sonst hab ich au nicht sterben nicht sterben erschießen ab von der Seite alter geh weg scheiße hat es richtig ausgedrückt ich habe ich habe mich gerade geheilt also mir geht es noch gut ich renne schon so ist glaube ich noch einer hier Lila oder 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 krass Mario hat es alleine gepackt kennen wir ja schon uiuiui nicht schlecht das hat aber auch ein paar Medikits gekostet ja ich habe noch 5 ja das Schlimme hier an der Stelle war halt einfach nur dass die von allen Seiten gekommen sind ja links und rechts und vorne und hinten und überhaupt hast du nicht gesehen jetzt sind ja schon wieder so viele Bobs uiuiui so so bin stolz mit ihnen zu kämpfen na dann wählen wir die nächste Aufgabe wir gehen jetzt erstmal zum Safehouse das war eigentlich der Plan ok erstmal das Lila ein Zeug einsammeln ja was ist denn das ne Pistole uuuuuh was denn für eine ne P9 hm damit könnte jetzt nichts anfangen ich weiß ne gar nicht ne Pistole halt das reicht als irgendwo glaube ich für dich so komm ich hier raus woher ging es denn hier raus aus diesem komischen ich bin jetzt gerade in irgend so einem Haus da will ich gar nicht hin ich finde so viel hier wahrscheinlich kommt jetzt gleich noch der andere Quark hier du bist auf dem du bist ja hier vorne warte mal ich bin irgendwo lang gelaufen ja und jetzt hier rechts warte mal ja rechts rum Aua scheiße ich habe hier so eine Pisser am Bein Aua nee eigentlich schon wieder am sterben nee nicht am sterben aber ich habe hier wen im Schlepptau ja dann macht die da kaputt nee will ich nicht du bist dann ganz da vorne ja dauert halt guck doch mal geht doch jawohl denn weißt du sicher wieso das so guck mal auf jeden Fall gleich mal hier du kannst doch mal gucken ob hier noch Loot für dich rumliegt ja ich sehe gerade nichts nichts da rechts rechts naja achso stimmt oh mein blaues Zeug aha was soll ich vielleicht wirklich noch holen oh ne hier explodiert gleich wieder was ach wo ist der blöde Eingang na hier direkt ganz wie eine Kirche ums Dorf ja hier ist noch ein bisschen Grünzeug das nehmen wir gleich mal mit ich kann schon mal die Pistole anlegen Grauzeug eventar so Pistole da ist ja noch mehr boah alter die Haufen DPS ich hab das gar nicht gesehen dass hier so viel gefallen ist ne da waren ja auch ein paar Hörlegner ja ja klar Hörlegner man ich habe ja schon wieder ein Sprachproblem höhere levelige Gegner das liegt vielleicht ein bisschen an der Uhrzeit die haben natürlich auch ein Zeug liegen lassen so das andere Zeug hast du auch das blaue was hier vorne noch lag ne soweit bin ich noch nicht muss jetzt erstmal rein aber dann habe ich es so ich habe alles was ich brauche komm ich zurück hier komme ich gar nicht rüber oder ja hier doch hier ist noch ja ok ich folge dir so einfach weiter geradeaus 150 Meter ungefähr noch mhm oh ne hier explodiert es aua tat weh ich wollte es gerade auslösen damit es keiner erwischt ne ich sehe alles ein bisschen verschwommen äh ja also erstmal kurz hier rein kommen wie kommen wir denn da rein können wir hier drüber klettern katsache ist natürlich auch super gesichert hier wenn du einfach drüber klettern kannst ne ja finde ich auch Waffenteile entdeckt da wollen wir gerade erstmal nicht hin wir wollen erstmal auf jeden Fall zum Safehouse Queens Tunnel wollen wir auch nicht haben ja Waffenteile entdeckt wir haben drei Ziele und keines davon ist leicht zu erreichen eins legen sie die Kommtzentrale lahm zwei schalten sie das Taktikzentrum aus und drei übernehmen sie das Waffenlager vor Ort ich brauche die Waffen für meine Leute an die Arbeit eh ich häng fest hä ich häng jetzt ich hänge gerade in meinem Milchmutter fest ich glaube wir haben gerade irgendwie schon die äh Dings gestartet die Mission aber ja die Mission wurde gestartet wenn wir direkt durch die durch die Durchführung sind hä du bist aber im Safehouse eigentlich ja du musst runter kommen ok hier bin ich ui ein altes Kino oh Mensch und hier ist die Munitionskiste noch voll so dann quatschen wir mal mit dem Typen hier einsatzbereiche Anforderungen ganz viele Nebenmissionen freischalten und dann können wir dann hier an nächster Stelle weiter machen denn ich würde sagen das sollte erstmal gewesen sein für die Episode jo sagen wir schon mal danke fürs Reinschauen war ja doch Action geladen hier ne Menge Loster, Menge Geballer und jo ich hoffe mal beim nächsten Mal geht es dann auch genau so weiter wie es aufgehört hat also nicht mit sterben sondern mit Ballern ne also mit beidem wahrscheinlich aber wir kriegen das hin beim nächsten Mal schaffen wir das jo also wisst ihr Bescheid jo danke fürs Reinschauen und bis dann jo bis dann ciao